The deeper Scary Girl moves into the forest. The more the presence of death shows itself. Die gefallen mir jetzt schon nicht, weil die sind schnell und ich bin langsam. Und oh mein Gott! Ah! Ich bin tot! Oh nein, ich bin nicht tot. Ich werde euch töten. Ich werde euch alle töten. Alle möglichen werde ich euch töten, 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 töten. Oh mein Gott, diese Banditen mag ich überhaupt nicht. Irgendwas ist mein Mettelgebe. Achso. Ach na toll. Ja, wenn es weiter nichts ist. Ahhhh, gut. Ok. Ahhhh, gut. Ahhhh! Oh mein Gott, das war viel zu knapp. Hallo, 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 hallo. Na komm, ja. Ja, bleib da. Ey. Habt ihr das gesehen? Da war schon wieder dieser, ähm, ein Mechanical-Verschnitt. Ich hab' vergessen. Huch! Da war nicht sehr nett. Boah, jetzt habe ich irgendwie eine erwischt. Und diese Banditen haben wohl wahrscheinlich diese ganzen Kisten da hinten aufgestellt. Und ich möchte gerne wissen, wir möchten... Ja, Gottes Willen, buy back, buy back. Oh Gott. Oh, ein Checkpoint. Oh, ich liebe Checkpoints. Checkpoints, wie das? Wenn ich da hochkomme, wäre es noch viel cooler. Ja, gut. Und erstaunlicherweise... Ich bin nicht ganz so gegangen, das tut mir leid. Diese Banditen haben die Wesen in die, ähm, in die Kisten eingesperrt. Wobei ich mir da ziemlich sicher bin, dass die aber nicht die Drahtzieher sind. Das ist fast unglaublich laut, was hier alles darin stellt. Oh Gott, viel zu eng. Oh Gott. Ach so. Wah! Das war richtig. Das war viel zu knapp. Den hab' ich mitgenommen. Ich komm' da nicht hoch? Oh Gott. Kann der doch stehen, oder nicht? Ha! Haha! Geht doch. Und jetzt möchte ich gerne da rüber. Wow. Ich muss mich ganz voll konzentrieren, das tut mir echt leid. Bei dem Spiel muss man sich gar nicht konzentrieren. Das ist der Fall einfach. Das ist nicht. Oh Gott. Wieso kann ich da nicht weiter? War da was? Sag jetzt nicht, dass ich bis da ganz nach unten muss. Oh mein Gott. Ich bin tot. Oh Gott. Und dieser beschissene Wasserfall ist so unfassbar laut. So, ich muss noch da runter. Muss ich nicht? So, da kann ich doch nicht mal am Schatten vorbei, oder was? Doch, kann ich. Unterschiede welche machen. Das möchte ich jetzt auch gar nicht weiter wissen. Ich möchte die bitte einfach nur weg. Sag ich nicht, dass ich das kaputt machen muss. Doch, muss ich. Natürlich muss ich das. Jetzt muss ich aber nicht nach da. Ich möchte bitte wieder auf festen Boden. Oh mein Gott. Da ist fester Boden, aber ich hab Angst. Ach, wir haben hier auch gemacht. Sehr schön. Ja, war ja klar. Oha. Hör auf mit Echsen zu werfen. Du meinst, wie viel hast du denn davon? Na komm. Na komm. Ach, du bearscht. Hör auf mir auszuweichen. Ah! Haha. Genatzt. Ha. Gebettelt. So. Die Banditen sind langsam lästig, muss ich sagen. Oh Gott. Oh Gott. Sag mal, was denkt ihr irgendwie ihr seid? Ziemlich einfache Gegner, muss ich zugeben. Ah! Okay, da muss ich wieder festhalten. Oh nein. Ihr geht doch bestimmt wieder weg, oder nicht? Wieso seid ihr jetzt nicht runtergefallen? Wollt ihr mich verkack eiern? Ich bin mir ganz sicher, dass ihr sonst weggelaufen, also weggelaufen. Äh. 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 Sag mal, das waren doch die, die runtergefallen sind, oder nicht? Ich... Da irre ich mich da jetzt. Mal wieder. So ist es mir schon vorgekommen in diesem Spiel. So. Und euch nehme ich mit. Und euch nehme ich mit. Oh mein Gott. Das war mies. Ich bin echt so nichts zu gebrauchen in diesem Spiel. Gibt's da irgendwas extra, oder? Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich da hoch muss. Warte mal, ich habe doch ein Fächer. Oder war das die Feder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Ja, ich habe mir eins von den beiden Sachen nochmal gekauft, weil ich nochmal nachspielen musste. Seid mir nicht böse, aber auf irgendeinem Grund habe ich den Geld küsslich gereicht gehabt. Okay. Ach, da ist noch einer. Schön. Kann mir mal jemand mal sagen, ne? Eigentlich. So, ich hätte gern wieder meinen Anker. Weil ich ganz genau gewusst habe, dass hier Monster sind. Das sind ja keine Monster, das sind ja eigentlich ganz normale Banditen. So, und du? Mach dich selber kaputt. Und du? Hallo? Hopp. 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 Komm schon. Komm schon. Ah, voll nett. Wieso habe ich den jetzt nicht eigentlich nicht genommen? Nicht eigentlich nicht genommen. Wieso habe ich den jetzt eigentlich nicht genommen? Ach, der nervt. Boah, nervst du. Nein, ich habe ihn wieder nicht genommen. Shitty. Ich brauche doch Leben, Mädels. Scheiße. Ich möchte meine Ausdrucksweise eigentlich etwas verbessern. Oh Gott, ein Checkpoint. Ich bin glücklich. Ih. Bitte hilf mir. Ich muss meine Frau beerdigen. Aber mir fehlen ein paar eher Knochen. Ich brauche noch vier. Wenn du sie für mich sammelst, werde ich dich die Brücke überqueren lassen. Oh Gott. Du bist total high. Oh, wie schießt. Ich muss meine Frau beerdigen. Wow, das heißt, 202 Knochen hat er schon. Wenn es ein Mensch ist. Vielleicht. Mal gucken. Die Musik krocht gerade ziemlich. Und ich habe keine Ahnung, wo zum Hänger ich diese Knochen herbringen soll. Na ja, suchen wir mal. Hallo. Ich höre auf Englisch zu reden. Das nützt ja gar nichts. Okay. Ich sag mir jetzt nicht, dass ich da hoch muss. Ich weiß nicht, dass ich da hoch muss. As you can see, I muss. Okay. Ziehen wir mal die Feder wieder. Ja. Ey. Das ging ja voll einfach. Das war ein Knochen. Seriously? Oh Gott. Oh, cool. Autsch. Wo hätte ich da jetzt hin müssen? Oh nein. Habe ich hier schon meinen Knochen? Nein. Ich muss nochmal komplett zurück, oder was? Sag mir nicht, dass ich nochmal komplett zurück muss. Ich habe nämlich den Counter nicht mehr. Also gut. Aber da kommen auch keine Typen mehr. Also denke ich mir, dass ich gar nicht so... Hm. Bitte hilf mir. Ja gut. Wir waren also doch noch nicht da. Der Counter war also zurecht weg. Oh Mann. Das dauert ja noch ewig. Hui, 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 hui. Gut, wir wissen immerhin schon... Na, gehst du runter? Magst du? Magst du runtergehen? Danke. Wir wissen immerhin schon, wo eigentlich der Knochen ist. Und ich finde es gar ziemlich cool, dass die Musik so leicht japanisch angehaucht ist. Das ist ziemlich cool. Kannst du dich nach oben attackieren? Na, geht doch. Na? Wollte ich gerade sagen, es hat doch gerade so gut geklappt. Ja, und jetzt? Das bringt mir da oben gar nichts. Das heißt, ich muss hin und dann wieder zurück. Oh Mann. Wir sehen uns gleich wieder. Hallöchen! Das sind wir wieder. Habt mir das Herz tatsächlich schnappen können. Der Wahnsinn. Und jetzt schätze ich mal, dass wir da einfach da runter müssen oder auch nicht. Wir scheinen hier auch fertig zu sein. Ich erinnere mich, dass ich woanders noch mal... Au! Was war das denn? Mann! Das sieht irgendwie nach Tod aus. Ja, ich komme da auch gar nicht weiter. Gut, das ist schon mal schön. Wir wissen aber, dass es weiter vorne ja auch noch mal runter geht. Das heißt, wir müssen da anscheinend jetzt die komplette Schoße hier noch mal zurückgehen und diese Knochensäcke suchen. Dann schauen wir mal weiter. Wow, das geht ziemlich schief runter. Okay. Ach, das war tatsächlich ein Knochen. Der war nur etwas anders. Au! Wieso? Was? Boah. Glaubst du eigentlich, wer du bist? Ah! Ich sehe. Wir müssen irgendwo da hoch und ich habe eigentlich schon eine Idee, wie wir das schaffen. Allerdings hoffe ich auch, dass die Idee klappt. Ach Gott, das nervt. Ah! Wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich gerade nicht. Ach, das Mädchen. So, und zwar möchte ich mich probieren. Man kann es sich eigentlich schon fast denken, das Ding da einfach hochzuwerfen. Ja, das hat einwandfrei geklappt. Also, ich habe den Knochen jetzt dabei und ja, ich kann es hier eigentlich gehen, weil was will ich hier noch? Außer da und von diesem blöden Ding da. Oh Gott, so geht es auch. Oh Gott, ich möchte so gern zu einem Checkpoint jetzt kommen. Aber ich wette mit ihr, mit euch, mit dir, mit allen, dass mich das nicht für weiterbringen wird. Ich bin zu schnell gewesen. Weil mich bestimmt diese Plattform töten wird. Der Wahnsinn, ich habe es gesagt. Ohne Schaden zu kriegen. Gut, ich stehe. Auch freilich. Noch ein Wunsch. Ich muss dieses beschissene Zeug ohne mein Propeller schaffen? Wie soll ich denn das machen? Wie? Ich habe keine Ahnung, wie Folge die lang schon ist. Ja, gut. Aua. Geil. Noch ein halbes Leben. Das ist gerade nicht passiert. Und weh, ich muss das alles nochmal machen. Alder. Ja. Das sieht da mal richtig gut aus. Sogar mein Leben ist gar nicht so leer, wie ich es dachte, dass es sein wird. Sollte, könnte, tut, macht, haben. Will. Muss ich da nur noch sicher rüberkommen, ne? Haha. Ha. Nur. Gut. Jetzt muss ich es noch. Ah, ein Checkpoint. Oh. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Hallo. Oh Gott. Ich hasse euch voll. Eins, zwei, drei, vier. Okay, sie sind weg. Ich würde jetzt gern, danke, dass sich die Kamera wieder ändert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach klar. Natürlich. Ich muss ja auch noch passen kommen, weil... Und ich hab, wie ihr hier sehen könnt, aus irgendeinem Grund... Alter. Ich... Hau dich wendelweich. Wieder... Ich weiß nicht. Irgendwie fehlen mir wieder ein paar Knochen. Findet ihr nicht auch? Oh nein, okay. Jetzt muss ich da wieder zurückkriegen. Du meinst also so sicher zurückkommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist richtig cool. Das sieht ja fast schon so aus, ob ich es schaffen würde. Der Wahnsinn. Aber ich... Irgendein Haken ist es dabei. Irgendwie... Ja, also... Oh Gott. Bina. Hm? Da sind Stacheln. Da muss ich bestimmt drauf springen. Ja. Kommt hin. Das heißt... Ich hab jetzt die vier Knochen von seiner verstorbenen Ollen. They see me rolling. They hayden. Ich kann's nicht weiter. Guck mal. Vielen Dank. Nun, da ich die fehlenden Knochen meiner Frau habe, werde ich sie bestatten können. Wie schön. Oder auch nicht. Je nachdem. Oh Gott. Ein Checkpoint. Was? Das Level ist noch nicht zu Ende. Wow. Holy moly. Au. Du stehst doch nur auf ihm. Wieso verlierst du Leben, wenn du nur auf ihm stehst? Hast du dich ganz selbst genatzt? Bist du'n du für'n Idiot. Oh, so viel Geld. Und wir haben jetzt schon wieder zwei... die Messer, Gabel, Löffel, Licht. Und vor allem Äxte. Die sind für kleine Banditen nicht. Ich finde auch jetzt... Oh Gott. Irgendwie wird dieses Unkraut immer mehr. Die da unten sind wohl doch gar nicht böse. Sieht schon aus wie ganz komische Schwäne. Ähm... Es wird neblich. Hier sind Blüften. Und es kommen keine Monster mehr. Ich hab grad voll das ungute Gefühl. Ich helf dir. Ja. Bist du Würf. Ich hole euch. Bist du Chat. Wirst du Gas. Und da die Pläne essen. Ich hole dich. Ich hole dich. Nichts. Noch das Geheimnis. Manist 보여urte. Nein, ich hole dich. Oh jeee. Die Chihuhu-Baditen! Alles Unkorn entfernt! Yay! War das jetzt nur ein Teil jetzt? Die Chihuhus! Ansonsten werde ich jetzt mal wieder diese Folge beenden. Ich nehme an, die war ewig lang. Wir haben neben der Toycat jetzt auch noch den Traum... Oh Gott, den Baum der Weisheit kennengelernt. Und der wird uns wohl noch ein paar Aufgaben geben, denen wir natürlich nachkommen werden. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!